Wir sind sehr hoch, etwas bauen da oben. Und hier gibt es eine kleine Eisenbahn, die die Waffen oben zu nehmen, von See. Und wenn Sie diese Eisenbahn gemacht haben, Sie müssen viele Steine mitnehmen. Und das kommt in ein sehr altes, 17 Jahrhundert, ähm, oder frühe Kneifer, Eipau. Und sie war sehr bekannt für Smuggling. Das heißt, wenn sie kommt, sie gehen zum Frankreich und Cognac und so, und sie bringen darin unter den Nase. Also schmuggeln. 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 Ja, Schmuggeln. Und so dieser kleine Reif hat er innen, aber sehr bekannt, aber total mit Erde und Stein voll. Und dann diese Woche müssen wir alle raus in dem Sieg zurück. Und zwischen Tiefe und Tiefe haben wir Mauergebühren und den Feuerplatz, den Tur und so und so und so. Und dann vielleicht, das fand ich mein Interesse an, aber ich weiß das nicht in diesem Moment. Ja. Ja, Helena ist, äh, sie hat ihre Augen offen, so alles im Moment. Ja. 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 Ja.